Also willkommen zu einer weiteren folge minicraft skyblock und zwar wollen wir heute uns endlich mal den ersten vorbereitung für den killer joe whitman ich muss jetzt erst mal von der letzten fall das ganze tinkers zeug mal loswerden ja einfach mal brauche ich gerade nicht großartig genau passt das mal in ordnung und zwar brauchen wir dazu denn die tanks auf alle fälle wir brauchen denn so wird wir brauchen davon zeug wir brauchen quite clear klar ist gut wir brauchen noch mehr glas aber ist glaube ich im ofen wenn ich mich nicht recht irre denn wir brauchen wieder mal fluid cable also von ende odi jetzt muss kundelt bein da drinnen okay dann möchten wir mal ein stecks anbrennen vielleicht okay wir haben über zwei stecks kundelt beinne übens beim 11.000 ich bin mir fast 10.000 quarts 10.000 heißt okay und hier ist natürlich ein bisschen was drin aber ist nicht weiter wild so ich habe überlegt auf einen zweiten sowett machen die frage ist was wurde denn kosten nicht viel der war nicht so teuer herzustellen ich war der flue tank war das schwerste okay das sollte alles gehen ich brauche eisen auf alle fälle tonnenweise also machen wir mal drei stücke genau ich brauche habe ich davon noch was da ich habe davon glaube ich nichts mehr da zumindest sehe ich nischt so eisen brauche ich davon unmengen ach so jetzt ist ja hier der bang der table so glas reicht gut wir brauchen ein paar item kunden jetzt fällt mir zu einer und das ist machen wir nebenbei machen wir brauchen als erstes fluid das ist fused quads ich brauche die ja 233 dann brauche ich einen bitte nicht auf enter sondern einen wat einen sowett genau dann braucht man nämlich das da brauchen wir iron bars einmal wir brauchen zwei hiervon ok wir machen gleich vier wir machen zwei fertig wir brauchen zwei kohlen ich glaube ich habe keinen eisen mehr und zwei öfen ich habe kein kabelstun einstecken auch nicht schlecht hier ist noch mal eis das könnte sogar fast reichen quatsch ich brauche den prof in k2 öfen ich brauche maschinen case dafür zwei ich brauche körper das brauchen körper jetzt tun wir auch noch ganz nett habe ich hier ok dass das genau ich brauche ich habe ja zu wenig iron bars davon brauchen wir das gefühl genau hallo was fehlt mir denn jetzt noch ich habe gar nicht gesehen die oder ich habe zu wenig eisen ich habe so viel eiser ich habe definitiv zu wenig zum kraften immer einstecken das ist irgendwie schon bitter so zwei hiervon das soll das eigentlich das war wieder gleich wäre das ist der elektric steel silikon ne das war wieder anders als erstellen das war pulverized coal vier stück und eisen das heißt ich brauche acht eisen und 32 pulverized coal ich habe gerade nur 26 irgendwie das kann ich jetzt mal wegschmeißen weg damit brauche ich ja das heißt ich muss noch mal kohle irgendwie machen ich hatte doch mal über ein sekt kohle da wo ist der hin versteht sie 26 aber da toll ich brauche ich brauche 8 stück und davon ein paar ich brauche 106 pulverized coal eigentlich so dass ich mal welche hatte wo kriege ich jetzt kohle ja nur aus gravel oder kann man kohle sonst zerstellen cool ähm shapecrafting naja aus gravel ok was ist wenn ich gravel hier durch jage hat er hat er was ok bis dahin und flint raus ok dann lassen wir es flint habe ich zu viel gravel habe ich zu viel beziehungsweise habe ich einfach unendlich ok wir haben schon mal reicht ja doch hier waren es nicht vier stück wir wollen so ich bin mir was eigentlich dass man vier stück brauchte aber da ist es halt so kann ich nie ändern soll mir auch egal sein so jetzt brauche ich wieder einen warte was geht jetzt noch auch nicht erst die jungen ich muss das ja weiter vor mit silikon oder silikon natürlich nicht einstecken wäre auch zu einfach ich habe dich nicht angeguckt das ist schon mal soweit ok so wie sieht es hier aus hier sieht es 75 ja ganz ok ich brauche nämlich item kunden jetzt noch wo sind sie hier die da brauche ich wieder Pulsanne ich brauche Pulsanne Iron ich hasse diesen Bug ähm genau das mache ich aus einer Enderperle und Eisen gut das sollte machbar sein oh ich brauche eine Enderperle ach ja gut ah ne ich brauche es eh nicht ok und Eisen sollte hier einstecken ähm genau 40 Glas oh wir sind schon bei 7 schön so da haben wir nämlich wieder 24 item kunden jetzt genau so du bist auch fertig finde ich ja gut so dann machen wir erstmal ganz kurz weil es schnell geht wenn ich es finde geht es schnell ja hier so 24 Stück genau und dann brauchen wir wieder den Vatale ah hier ah genau zwei Stück fertig bumm so ich habe alles da ich habe Tanks ich habe Flut ja ich sollte alles haben ich werde das hier drunter bauen ich habe genug ja hier habe ich ja mal gemacht wegen die Kabel das baue ich jetzt einfach aus kommt hier hin ich glaube die beste Variante die ich machen kann weil hier ist automatisch ausgeleuchtet das muss ja so kommen ja in der Fall drunter inne bleibt oben alles klar so ich brauche nochmal ganz kurz nicht zu blöd die machen wir zu sehen ja ja das Teil das muss ich zubauen das mache ich mal zwischen die Folgen so ach was verbaue ich mich denn heute schon wieder aber ganz ehrlich diese Achse hat über zu wenig Haltbarkeit die geht bei mir irgendwie schnell runter so Energie haben wir hier das ist ich habe keine Energie Kabel gut das kann ich umgehen gut das kann ich echt gut umgehen sogar liegt auf der Hand das ist schön ähm ich frage ich mich jetzt verkabel ähm ja von hinten Items rein ja eigentlich schon insert 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 genau hä achso ich shifte alles klar ich darf natürlich nicht shiften so so oben liegt's und dann brauche ich von hier nochmal extra von den Rotten Flash wo wir 40.000 schon wieder haben noch ein Kabel abgehend ok ich muss mich jetzt erstmal hier rumbauen dass ich hier vernünftig rankomme so so los fall runter ich sehe es doch schon kommen ok das ist meine Maschine äh Zombie Head Rotten Flash ja hier kommt eine Fassade hin juckt also ja nicht ich muss das jetzt bloß geschickt wegleiten ich habe definitiv zu wenig davon gemacht ich habe das Gefühl schon wieder nein genau so hier schön lang machst du fein nee das war nie war ein aber ich brauche einen Weg davon noch mehr ich muss nochmal Pulsaring Iron machen aber das ist boah ich hab da 24 Stück hergestellt wo sind die schon mehr hin ist ja furchtbar okay ich brauche nochmal welche ich brauche davon noch ein paar bräuchte auch die Twitter in der Parana nicht verwerfen das war jetzt bitter äh ein Eisen genau Energieprobleme sollten wir keine haben oder oder es geht ein bisschen runter aber eigentlich sollte es voll sein müssen wir gleich mal schauen Beine habe ich definitiv genug also Nummer 24 das ist gut ähm so und schön dass du so viel Platz einnimmst finde ich gut so 24 Stück jetzt muss ich doch einmal Kontrollgang schnell machen auch wir hier Energie verbrauchen ne voll restlos voll warum fliegst du hier ein Wasser runter ich hasse Endermen habe ich das schon mal erwähnt ich hasse sie manchmal manchmal ganz schön so am besten komme ich baue ich eine Chest hin ok ich muss erstmal ganz kurz hier ein Crafting Table unten haben weil das baue ich sowieso 5000 mal noch ähm genau eine Chest bauen wir hier hin genau als Zwischenspeicher dass es nicht ganz so viel wird na gut kommt es richtig raus dann sollte ich vielleicht unter Irish weiter gehen mhm so ich habe niemand Wasser einmal mit aber klasse ähm gut den können wir uns ja mal ganz kurz klauen so das ist eine ganz blöde Idee was ich hier mache insert 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 und das war's ok dort muss ich noch einmal runter aber das ist ahhh nein ok ich bin tot machen wir das schneller das war ein bisschen ein sehr blöder move aber naja kann ich nicht ändern ähm das brauche ich genau so jetzt brauche ich nochmal hier so wo ist das drinne hier ist das drinne hier ist das drinne das füllt sich jetzt bräuchte ich noch ein sowas fällt mir gerade ein ok dann bekrafte ich gleich mal das ist nicht das problem hier erst mal hin gleich vernünftig bauen so jetzt sieht zwar erst mal gleich hässlich aus das ist von mir egal wie so viele fluid eigentlich extract genau extract und extract genau das kommt hier raus ich habe pull und push dasselbe einfach nur am besten so und vorne so kurzer kart das ist wenn man vergisst skype hochzustellen ok ich brauche einen dieser zeit und reserver genau ok da brauche ich ja wieder mindestens zwei von für squads klaus ok ich setze kurz so geschafft ein reserver jetzt muss ich ja trotzdem noch einmal aufbuddeln denn ich habe mich dazu entschlossen die kabel hier lang zu legen ich baue mir jetzt einfach eine kleine plattform das ist vielleicht das klingt was ich machen kann wo ich jetzt noch hinkomme wäre natürlich noch klüger ich habe wieder die besten moves drauf ich habe wieder die besten moves drauf einträchtig wollen wir nicht wieder mit kleiner umklicken und das wasser weg ist und zwar einmal extract always active genau jetzt kommt der wasser geht es geht automatisch rein gut bräune stein stellen das ist schön das ist mir am liebsten so ich brauche die plattform hoffentlich nicht mehr ich hoffe es so hoch und fertig so und auch gesagt ich habe noch oput äh so das ist drinnen wasser ist drinnen bis zum umfallen jetzt brauche ich bloß noch von oben die connection mit dem zucker so und da haben wir hier item kundurz die können wir hier wo sie auch bescheiden legen extract geht runter gut und die arbeiten nice gut jetzt muss ich mir bloß mal überlegen erstens mal wie ich hier rumkomme genau weil ich habe zwar hier ein output aber da führt mir nur uns hin und das müssen wir ändern und dort muss ich erstmal rum ohne runterzufallen wenn es geht oh mein gott ok ich habe bald nichts mehr zu essen ey ich muss mir wieder mal eine kleine v-man anlegen so äh ich kann natürlich auch einfach oh 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 Nutri-Distillat ist fertig nice 214 mal lieber Geld ähm ja ist die Frage ich würde sagen ich lege es prinzipiell erstmal bloß in den Tank gut 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 du oder nein auch mal auch wenn das ding gestört ist muss ja nicht reinfangen nein nice 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 so insert extract so von hier geht es raus in hier 64000 miliwarten speicher geil fertig so ich habe keine fackeln deswegen lasse ich das hoho hier spawnen sofort mobs junge werde ich nicht noch verbrauchen leute spawnen keine mobs guter weiß sagen was das von dieser folge dann sehen wir uns morgen bei einem weiteren video mini kraft skyblock wieder und bis dahin viel spaß